Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Ferrum Abs Consum von Call of Duty Advanced Warfare. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr alle 45 feindlichen Geheimdaten in der Kampagne finden. In jedem Level oder in jeder Mission sind jeweils drei Geheimdaten. Ich habe das so gemacht, links oben steht in welcher Mission ihr seid, rechts oben bei welchem Teil. Ich habe mich immer an sehr markante Punkte hingestellt, damit ihr die nicht verpassen könnt. Ihr kommt auf jeden Fall vorbei, spielt so lange bis ihr an diese Stellen kommt, wo ich auch mich kurz hinstelle und dann mich umschaue. Hier zum Beispiel und laufe dann von da aus zu der Geheimdaten-Dings. Genau, ich habe jetzt meistens schon die Gegner ausgeschaltet, bei euch laufen da wahrscheinlich noch Feinde rum, aber das ist nicht so weiter schlimm. Auf Recruit, also ich mache es auf Recruit, weil auf Recruit ist es am einfachsten, würde ich euch auch empfehlen. Könnte ja theoretisch eigentlich durchlaufen und wenn ihr dann alle habt, also alle drei pro Mission, dann könnt ihr speichern und beenden. Braucht die Mission nicht mehr zu Ende spielen, braucht auf keinen Kontrollpunkt warten. Die Teile werden dann gespeichert. Ihr könnt dann einfach das nächste Level wiederholen. Ihr könnt im Level-Auswahl-Menü nachschauen, ob ihr schon Geheimdaten von der Mission gefunden habt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Da steht dann eins von drei, zwei von drei oder noch keins von den gefundenen. Und wenn eben ein Geheimdaten-Dings noch nicht da ist oder nicht mehr da ist, wo es eigentlich sein sollte, dann habt ihr das wahrscheinlich schon aufgesammelt. Weil ihr könnt was nur ein einziges Mal aufsammeln, das ist dann nur einmal da und danach nicht mehr. Und nach der Hälfte bekommt ihr noch einen anderen Erfolg, nämlich Geschichte wird geschrieben. Den bekommt ihr, wenn ihr 23 von den Geheimdaten aufgesammelt habt. Ich denke, das ist ziemlich ausführlich und ich habe mir auch länger Zeit gelassen. Ich habe nicht so viel weggeschnitten. Ich brauche jetzt da wahrscheinlich nicht zu jedem einzelnen Teil was sagen. Ich hoffe, ihr findet alles. Jo, viel Spaß. Also gut, hier drüben. Also gut, hier drüben. Also gut, hier drüben. Geiselraum, 100 Meter. Hier entlang. Profit, wir haben die Randgebäude gesichert und rücken zum Ziel vor. Verstanden, 2-1. Los. Gesichert. Sehen wir uns das an. Wir haben uns das an. Wir haben uns das an. Beide vor links! Feindliche Sardaten voraus! Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Die armen Teufel hatten keine Chance. Weiter. Verlassen Sie umgehen in diesem Bereich. Die beleuchtet sich um den nächsten Gruppausgang. Bereich sicher! Also weiter! Mitchell, an die Konsole. Verstanden. Bravo. Status ist kritisch. Weg hier! Geh hier! Die Ziele fliehen! Wir auch! Verwenden los! at Eis! Ich bin gefeinbar! Ich bin gefeinbar! Ich bin gefeinbar! Keine Ahnung! Mitchell, Mitchell! Halt euch! Hab fünf! Das istbestimmt! Versen siehe! Mist, versuch die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Mitchell, hier unten. Feier! Da die Täter hier rüber! Setz mich in Bewegung! Feier! Feinde, frei und fett! Feinde, frei und fett! Feind, frei und fett! Feind, kippen Sie schon warten, voraus! Verdammt! Ich zeige dich gesichert, Herr. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hades, Ende. Prophet, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Feier! Torian! Torian! Kontakt auf den Dach! Durch die Lobby! Prophet, ich sehe Torres. Er ist getroffen. Verstanden, Bravo. Ruf einen Sanitäter. Finde Rivers. Er hat die Stinger. Scheiße! Wir brauchen die Stinger. Los! Da ist Rivers. Er lässt den Stopp. Wir brauchen die Stinger. Ich gebe Deckung. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt eingekesselt. In Deckung! Auf die Flanken achten! Aus! Lettern nach oben, Mitchell! Da lang! Drohne! Verstecken! Nicht angreifen! Mitchell, Mikro-EMT behaupten. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeitwortröde. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Freis wert war. Das war nahezu perfekt, Mitchell. Nox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist sein Schreibtisch. Also los! Wir sind in Sicherheit. Jetzt ist das. Zu mir. Weg mit dem Lift. Bereit machen für Transfer zum Flugdeck. Container 726. Feuer! Feuer! Feinde von links! Nein, Sir. Es gab keine Hinweise auf die fehlenden Sentinel-Agenten. Oh ja, ich bin... Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubaghdad fliehen können. Und wir wären kein bisschen klüger. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins. Plant ein Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich an der biologischen Massenverdichtungswaffe entwickelt. Und hier sollen wir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon zu Hause. Wollte uns zu Hause. Da sind sie! Beeilung! Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Ja, damit kriegen wir Ions. Alles klar? Paket empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundärziel. Verstanden. Achtung! 233. Feindliche Passagiere. Zu mir! Los! Los! Jason. Die signals auf den Ecke. Sind sie wieder rein? Na ja. Mueller ist in schriftlich und Space. Das ist unbedingt in Zukunft zu Freiheiten. Kunde! Zum Hangar geht es hier durch. Alles okay? Cormac, unser Pitbull ist hin. Gehen wir zu Fuß weiter. Es kommen Soldaten aus den Atlas-Fahrzeugen. Nähern sich eurer Position. Die Zivilisten müssen von der Brücke runter. Die Polizei ist hier. Die Polizei ist hier. Schauen Sie sich noch mehr ab! Schauen Sie sich noch mehr ab! Es nimmt mir nichts, wenn ihr euch den Hals brecht! Durch die Tür! Achtung, alle Einheiten! Ein Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug! Transportkapseln nähern sich der Position! Wir sind fast bei der Brücke! Mitchell, benutze den Zielcomputer! Das wird eine harte Landung! Wir sind oben hinter die feindlichen Linien! Wir sind in der Gefahrenzone! Keine weiteren Abwürfe! Kontakt! 4 Uhr! Apolo 2, wiederholen! Abwürfe, fortwitzend oder nicht! Apolo 2, Luftschutz-Geschutzstück ist unterwegs! Ares-Null an alle Ares-Einheiten! Defendant Position halten! Defendant Position halten! Ares-Einsatzt, Versteht! Ares-Einsatzt, Versteht! Verstanden, Olympus. Eins noch, zwei, eins. Iris wird in ihrem Einsatzkopf mit Aufklärung dienen können. Habe verstanden. Ende. Kostanien 1, der Aris 2, erbitte Artillerieunterstützung in Planquadrat 3, 1, 3, 4, 6, 3. Bitte bestätigen. Mitchell, komm zurück! Roger Aris, bestätigt. Artillerie geht in Position. Haltet euch bereit. Hier, Bewegung, los! So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Hier drüben, Mitchell. Na los, zur Tür! Zurück! Wo denn die Schüsse? Zurück! Zurück! Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas, Kommandoszentrale. In der Stadt. Auf die Beine. Aufpasst! Scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Hier drüben, Mitchell. Schwarmraketen bereit. Rakete bereit. Kontakt! Schubst bereit. Nicht autorisierte Personen in Sekson hier. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Ich ruhe. Rakete bereit. Schwarmraketen bereit. Sie werden starten. Los, los! Rakete bereit. Rakete bereit. So, da bin ich nochmal ganz am Ende, bevor ihr das letzte Teil aufsammelt. Ich hoffe, ihr konntet alle gut finden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mich abonnieren oder auf Facebook liken, das würde mir helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!